Just feel free Cool 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 Hallo! Ich sehe gerade hier ist ein Brunnen. Und da so. Und ich wollte mal gucken was da für ein Wasser drin ist, weil ich nicht... Nein! Ja, ich fange nicht mit so an. Ich fange auch immer mit so an, so wie alle. Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir Ihnen, meine liebe Zuschauer. Der Kevin und ich. Wir befinden uns im Moviepark. Und die nächste Runde geht rückwärts, wärts, wärts, wärts. Wenn ich mein Mixelfon dabei hätte, würde das ganze noch lustiger. Der Fall ist auch der Ball. Und die beiden auch. Aber die sind uninteressant bei dieser Best般. Boah, ich kann... wie so eine... Machen wir wieder Outtakes? Wir machen wieder Outtakes. Halb sechs. Halb sechs. So, nochmal. Mach deine Maske ab. Habt ihr eisig zu schnell getroffen? Hallo! Also, wir haben ja... Es gibt im Gartius Gartaland nicht zu nahm. Ja, geht. So, ihr seht... Nochmal. Chris ist auf Toilette. Und ich darf wieder filmen. Nachdem er drei Runden schon gefahren ist, ne, Achterbahn, nutzt er das noch weiter aus. Wir sind jetzt am Auto. Da. Steht es einsam und verlassen. Möchtest du noch was sagen? Ich bin kaputt. Aber es war sehr schön. Wir haben sehr viele... Das habe ich vorhin schon gesagt. Aber ich bin kaputt. Ich bin ein Matsch. Wir sind raus. Ihr seid drin. Bis zum nächsten Vlog. Tschüss. Tschüss. Sollen die mal Taren fahren und dann können die mal steigen. Komm mal. Hallo. Ich hab grad gesehen, da ist ja der Brunnen und ich wollte mal gucken, was da für ein Wasser drin ist. Ich lege immer sehr viel Wert auf sauberes Wasser. Schauen wir doch mal, wie das Wasser aussieht. Ja. Oh, das ist ja wackeln lassen. Halloween 2021, let's go. Und wenn euch das Video gefallen hat, nein. Lassen Leute da, lassen doch mal. Ihr wisst wo ihr uns findet. Und Schnitt. Für uns gehört bei einem Freizeitparkbesuch auf jeden Fall was dazu? Am besten ein Flascheis und das in groß. Weil Flascheis geht einfach bei jedem Wetter. Achso, wieso bücke ich mich denn? Wer soll uns bücken? Wichtig ist fertig. Meiner ist auch fertig. Und jetzt? Boah Kevin, das ist das. Jetzt auch im Vlog. Läuft bei dir. Ich will. Tschüss. Warte, ich hab Papa. Habi, habi. Habi, habi. Habi, habi. Habi, habi. Da muss man jetzt aufpassen, damit die Stieren drauf sind. Ja, weil, Moment. Drei Mitteilung. Nicht wichtig. Guten Tag. Hallo. Hallo. Und aus dem Europapark gibt es einen Special Vlog. Das seht ihr dann. In dem Sinne. Gute Nacht. So. So. Nun sind wir gerade eben unter... Ach, allein meine... Outtake Cut. Ja. So schnell gehen 8 Stunden rum, ne? Ja. Ich kann das auch. Ja. Die haben gerade mein Video gecrashed, jetzt crash ich den. Das halte ich für ein Gerücht. Crash, 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 crash. Und hier kannst du immer noch nicht schneiden. Das werden wir alles noch. Kommt alles ins Video. Ich werd verrückt. Samuel Jackson spricht das hier ein. Ich werd verrückt. Ich werd bekloppt. Bruce Willis bei Taron, Samuel Jackson im Nutz-Homenshaften. Ja, hier. Who is who? Der Synchronsprecher. Vier Euro parken übrigens, falls ich es nicht erwähnt habe, wenn wir sind. Es hagelt. Es hagelt jetzt noch mal zum Abschluss. Ist doch wunderbar. Auf geht's. Heute ist Halloween. Oh. Da ist übrigens ein Brunnen hinter mir. Und wir gucken mal, was da für ein Wasser drin ist. Ob das sauber ist. Weil da lege ich sehr viel Zeit drauf. Ich war noch gar nicht fertig. So. Und was sagst du? Erste Maze? Ich muss... Oh, das ist mir zu sonnig. Hallo. Ne, wir können nicht in die Sonne füllen. So aber. Auf zum Atem. Du irgendwo bist. Nee. Ja, jetzt. Weil ich es gesagt habe. Hör auf damit. Ich schlag dich. Ah, nein. Schöne Antwort fahren. Das ist halt wirklich, wirklich wunderschön in der Natur eingebettet. Wir zoomen mal rein. Du weißt, dass ich gerade zoome. Ach so. Natur. Daumen hoch. Und einen Daumen hoch. Oh, mein Freund. Wo ist das Mareike? Dort machen wir halt das Fazit. Tschüss. Und gleich ist Lockdown. Wir müssen uns beeilen. Ich kann nicht. Was ist das denn hier? Ja. Dann erzähl mal. Alle warten. Ja. 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 Einmal mit Profis arbeiten. Ja. Mareike war vorbereitet. Ja. Einmal drauf zu halten. Hauptsache Essen, ne? Da sind sie. Bömmelmütze. Das ist Chris. Süß. Der ist so schnuckig. Hallöchen. Da sind wir wieder. Heute sind wir in... Also erstmal so. Nochmal von vorne. Outtack. Okay, ich mach einfach weiter. Ja. Nur verrückte Menschen. Mama hat gesagt, dicke Menschen können nicht lustig sein und sexy. Ich kann sie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020